Was sagen wir Adrian jetzt? Er soll als Mensch leben, nicht als Person. Genau. Adrian, mach weiter so, wie du bist. Und du bist sogar schon in Belgien angekommen. Ich liebe dich für das, was du tust. Für die Begabung, mit deinen Worten, exakt auf den Punkt, genau das zu sagen, was die Leute hören müssen. Ob die es dann verstehen, ist natürlich noch eine andere Sache. Die meisten Leute verstehen dich natürlich nicht. Was willst du an den Verwachsenen in der heutigen Gesellschaft? Aber ich habe dich verstanden. Ich weiß, was du meinst. Und ich werde genau deine Anweisung hier in Belgien anfangen, weiß, was du auch hier führst. Damit vielleicht nicht in 10 oder 20 Jahren, aber in 30 Jahren alle so leben wie du. Das ist ein Gruß von der netten. Fabian Langer aus Belgien. Jawohl. Die, die, die wir uns funktionieren. ESEprochen man zu denachingen, wie du, ich meinst. So. Vielen Dank.